Über das Rumänische sind recht wenige Vorstellungen in der deutschen Gesellschaft vorhanden. Assoziationen von Zigeunern und Bauern irgendwo am Rande Osteuropas kommen auf. Und vielleicht werden noch Dracula und Transsilvanien erwähnt. Die Walachai, eine Region Rumäniens, wird in der Umgangssprache als Synonym für eine zivilisationsarme abgelegene Gegend verwendet. Wie sieht es aber tatsächlich im jüngsten EU-Land Rumänien aus und andersherum, was für ein Bild besteht dort von Deutschland? Im August 2012 machte sich unsere neunköpfige Expedition auf den Weg, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Zur Gruppe gehörten die sieben Musiker der Band Lamarche, die Fotografin Franziska Böhnke und der Kameramann Bastian Bielich. Unsere Reise führte kreuz und quer durch Rumänien. Von Frankfurt-Oder bis ans Schwarze Meer gaben wir Konzerte auf der Straße, in Jazzclubs, auf Hinterhöfen und in großen Hallen. Auf unserem Weg trafen wir auf Mihai und Mihai aus Timisoara, die Band Butterflies in My Stomach aus Bukarest, die Clubmanagerin Flori aus Konstanza und ihren jonglierenden Barkeeper, Sebastian aus Apold und viele andere. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020